So, da sind wir wieder. Diesmal ohne Pirat, sonst alles beginnt. Ohne Pirat? Nicht auf Leicht oder sowas? Ah, du willst ihn bloß im Gelbfarm haben. Ja, ich mach eben. Ich bin Hector. Kümmere mich um alle, die in eurer feinen Gesellschaft nicht erwünscht sind. Einer muss es ja tun. Mein Pirat, ohne kann ich nicht. Ja. Wenn ich Atomraketten habe, weiß ich auf wen ich schieße. Pirat? Nein, auf Bäume. Kann man die auch auf andere mit Spiegel schießen? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist zum Bäumen entfernt. Bitte eine hübsche Insel. Bitte, bitte. Irgendwie eine Insel, wo ich die auf T habe. Ich hab Karte auf Decken vergessen. Das weiß ich ohne, dass ich die Mission gestartet habe. Wir haben den Auftrag, nicht zu scheitern. Das wird spannend. Ja, lassen wir einfach so. Sobald ich eine Insel irgendwie entdeckt habe... Oh, ich seh' dich gar nicht. Mhm. Können wir dich irgendwie stummert? Was haben wir denn hier? Nein, man kann nicht. Gemüse? Zucker? Zucker? Nein, das brauch' ich nicht. Ist die Karte auf klein? Oder kommt das nicht so? E-Reis-Kaffee. Ist okay. Hm. Gut, dann baue ich mich jetzt erstmal hier hin. Hey, ich bin Tilda. Schön, dich kennenzulernen. Falls du was brauchst? Sag gescheit. Wir sind ja schließlich Nachbarn. Ich hab die erste KI gefunden. Ähm... Was... Ähm... Was... 1... Wir sind die Technologie. Wir sind die Technologie. Du siehst nicht so aus, als wolltest du der Barracuda-League beitreten. Also was zur Hölle willst du dann hier? Ich möchte nur vorbeifahren, Hacker. Alles gut. Ich hab den Pirat gefunden, ich bin genau Nachbar. Zum Glück ist es mal nur leicht. Ja, sonst wäre es nämlich gleich wieder gegangen. Neue Insel-Koordinaten erfasst. Ich hab dich glaub ich gefunden. Lufus Thorn. Global Trust wurde darüber informiert, dass sie in diesen Sektor kommen. Schön, dass sie an Bord sind. Wenn sie Unterstützung bedürfen, sind sie hier richtig. Haben sie alles? Schlight. Schleien. Schle Ps falls nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich fahre jetzt einmal diagonal durch die Karte durch. Habe ich auch gemacht. Dann wurde ich abgelenkt und habe es nicht weiter. Bis zum nächsten Mal. Okay. 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 registrieren Bewohner auf dieser Insel. Oh, Tilda, hallo, guten Tag. Ist immer so freundlich, ne? Versenkt drei von ihren Schiffen. Hallo, da bist du ja wieder. Schön, dass du hier bist. Das wolltest du mal getroffen haben. Äh, das war total krass. Ich mag die. Das ist mein Lieblings-KI-Gegner. Total entspannt ist, auch auf Spam. Also vom Zustand. Die anderen beleidigen dich die ganze Zeit gefühlt immer. Ich bin gespannt, wie sie sich hier machen. Scanne unbekannte Küste. Alter, hier ist überhaupt kein Wasser hier. Sie eigentlich sind nur Inseln. Ich kann nicht viel mit dir machen, ne? Kriegserklärung, Finanzwurzel, Credits-Forder. Dann? Da. Okay. Okay. Neue Insel geortet. Neue Insel geortet. Geht doch mal weg. Gemüse, Zucker, Kaffee. Ja, die eine hübsche Insel irgendwie. Von irgendwas Interessantem. Seht jetzt schon Anbrüche. Das ist doch kein Festland. Das ist eine winzige Insel, wo ein Stadtzentrum, fünf Häuser und eine Fabrik hinkommt. Neue Inselkoordinaten erfasst. Lokalisiere Insel. Lokalisiere Insel. Die harte Arbeit macht mir nichts, weil mir es sonst rundum gut geht. Komm schon, trinkt schneller. Trinkt. Trinkt? Sie sollen trinken, schneller. Von mir aus auch er trinken. Ist mir egal, hauptsache. Alkoholbalken lädt sich auf. Ich muss Werkzeug erstellen. Lokalisiere Insel. Meine Frau hat endlich auch einen Job gefunden. Jetzt wird alles leichter. goat. cinco, sechs, sechs, siehst. Sogari Malik. rea Insel und dauert sich in das Kleing опис. wreckage. Was ist für seine Foto? Na, bleibt ich gerade mit lesen Leute? Ich möchte nicht. Ich habe es aus. Registriere Festland. Neue Inselkoordinaten erfasst. Wie kann ich helfen? Als künstliche Intelligenz der Arche. Schwere Maschinen wirken süß abgehetzt aus. Als künstliche Intelligenz der Arche. Als künstliche Intelligenz der Arche. Warnung Produktion gestoppt. Als künstliche Intelligenz der Arche. 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 Als künstliche Intelligenz der Arche.